willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf diesem kanal und heute gibt es eine weitere folge hertha news und ich habe einige themen mit dabei über die es sich zu sprechen lohnt zum einen möchte ich über den trainingsstart sprechen über die spieler die allesamt da sind aber auch über die spieler die noch nicht da sind die noch verletzt sind oder die aus anderen gründen fehlen ich möchte danach über die ein oder andere transfer news sprechen denn es gibt einige abgangskandidaten und darüber hinaus auch ein spieler an dem wir momentan interesse zeigen nämlich einen spieler aus italien und danach möchte ich noch mal über die aktuelle ticket situation sprechen denn hertha bsc hat ab heute den mitgliederverkauf für die ersten beiden saison heimspiele im pokal in der liga ermöglicht und die tickets für das pokalspiel in kaiserslautern gehen trotz mitgliederverkauf richtig flott weg ich würde sagen verlieren wir gar nicht so viel zeit und sprechen wir zuallererst über den trainings auftakt heute war bei hertha bsc trainings auftakt leider gibt es nicht nur gute nachrichten die langzeit verletzten die wir auch zuletzt immer mal wieder thematisiert hatten zum beispiel jeremy duziak iu maser oder eben auch benze daday noch nicht alle sind wieder zurückkehrt paiko daday ist wieder voll ins training integriert von und wird möglicherweise auch für die nächsten test spieler eine option sein aber jeremy duziak benze daday ibu maser und august noch hell trainieren noch nicht voll mit alle haben am mittwoch erst mal in die welt trainiert und man muss noch abwarten wie es bei denen aussieht bei benze daday ist es noch mal eine besondere situation paul daday hat sich nämlich in einem interview dazu geäußert hat gesagt dass benze daday sich erst mal auf die schule konzentrieren sollte und dass benze daday erst mal regelmäßig zur schule gehen soll bevor er dann wieder in das training integriert wird auch benze daday hat bisher noch gar kein lauftraining absolviert so wie für eine solide einstellung vom trainer paul aber ich denke mal dass es bei den langzeit verletzten duziak ibo und august noch hell gar nicht mehr so lange dauern sollte bis sie wieder komplett integriert werden können bei jeremy duziak da gibt es ja schon vermehrt die zeichnung der war schon bereits in der letzten woche vor der winterpause das heißt zum osterbrück spiel wieder auf dem platz mit dabei auch wenn noch individuell denke ich mal dass es bei jeremy duziak nicht mehr so lange dauern sollte bis er dann auch wieder hoffentlich dabei sein kann denn sind wir mal ehrlich wir brauchen unbedingt jeremy duziak ansonsten war heute wie gesagt der trainingsstart für unser team es geht bald ins trainingslager am samstag steht ja auch schon das erste test wie einem amateurstadion gegen erzgebirge auge ich bin gespannt wie diese rückrunde läuft aber für eine gute rückrunde brauchen wir auch offensiv mehr kreativität und daher hoffe ich dass auch die übrigen verletzten duziak benze ibo so schnell wie möglich fit werden ja ein anderer spieler der bisher immer noch fehlt ist fabian reese fabian reese fehlte ja zum bereits zum osnabrück spiel aufgrund eines infektes und er hat sich von diesem infekt immer noch nicht hundertprozentig erholt hertha bsc hat sich heute dazu geäußert hat gesagt dass die werte von fabian reese noch nicht hundertprozentig perfekt sind weshalb er später in das training einsteigt die werte seien noch nicht zu hundertprozentig in ordnung und deshalb darf er noch nicht mit trainieren aber ich denke mal das hat auch bald da gesagt dass er höchstwahrscheinlich mit in das trainingslager nach spanien mit fliegen wird ich hoffe es zumindest fabian reese wäre unglaublich wichtig wenn er mit dabei ist aber das war schon heftiger infekt den er da abbekommen hat also kann man nur hoffen dass er auch nicht als er krank war irgendwie mit trainiert hat oder so weil man hört ja immer so man sollte wenn man krank ist natürlich nicht trainieren das kann noch höhere nachfolgen haben und von daher hoffe ich einfach dass reese so schnell wie möglich fit wird und sich auch jetzt erstmal komplett auskuriert von diesem infekt weg damit soviel erstmal zum trainingsstart und ich würde sagen damit können wir jetzt direkt zu thema nummer zwei springen ich möchte erstmal über die ticketsituation bei hertha bsc sprechen heute war wie gesagt der mitglieder vorverkauf für das kaiserslautern pokalspiel und meine güte sind da viele tickets weggegangen ich habe natürlich mein ticket schon wegen der dauerkarte und ich musste ja nur meine dauerkarte mehr oder weniger reservieren aber im mitglieder vorverkauf konnte jedes mitglied beziehungsweise kann jedes mitglied zehn tickets holen und das haben wohl scheinbar einige wahrgenommen geführt die komplette rechte staatenhälfte das heißt auf der seite wo die ostkurve ist geführt die komplette hälfte ist schon ausverkauft links sind schon fast alle blöcke im freien verkauf also im mitglieder vorverkauf außer die blöcke vom marathon tor bis zur haupttribüne das heißt die sitze die links oben im stadion immer frei sind die sind noch nicht im mitglieder vorverkauf aber wenn das hier weiter mit so einem tempo geht glaube ich dass das spiel in kaiserslautern echt richtig voll werden kann und dass berlin da richtig bock drauf hat da fragt man sich natürlich wo die ganzen leute beim pokalspiel gegen meister 5 gewesen wo wieder gefühlt vor 20.000 gespielt haben aber nun gut kaum ist mal ein bisschen erfolg da nur ein bisschen erfolg zack ist das stadion wieder voll und die leute fangen an den verein wieder halbwegs zu lieben auch noch mal mein hinweis mein appell holt euch tickets für das pokalspiel wer weiß wann wir wieder ein pokal heimspiel haben werden und das ist wahrscheinlich schon ein absolutes erlebnis gegen kaiserslautern von daher kommt zum pokalspiel gegen kaiserslautern und auch natürlich zum liegeauftakt gegen düsseldorf wenn man das wenn man diesen mitglieder vorverkauf mit dem mitglieder vorverkauf von kaiserslautern vergleicht dann ist düsseldorf gefühlt einfach ein leeres stadion aber man muss auch und das sage ich jetzt auch offen und ehrlich ein lob an hertha bsc aussprechen hertha hat endlich mal halbwegs vertretbare ticketspreise angeboten gegen hamburg war das ja schon wieder bodenlos teuer es war schon wieder 75 euro irgendwo hinter einer barriere hinter irgendeinem pfahl zu sitzen das war schon wieder viel zu teuer gegen kaiserslautern sind die tickets endlich mal halbwegs günstig du bezahlst für ein ticket haben wir im unterring im ellblock 25 euro das ist vollkommen normal das ist vollkommen human und zack ist der blog auch relativ fix ausverkauft so würde es da schon wieder 40 50 euro kosten das könnte mir kein schwein bezahlen und dann wäre der blog wieder halb leer gewesen es ist besser wenn die tickets nicht ganz so teuer sind und es war ein problem in den letzten zwei jahren dass die tickets teilweise zu teuer waren und da das stadion sowieso halb leer ist verstehe ich nicht warum man die einfach ein bisschen billiger anbietet na gut ich habe jetzt von dem thema nicht so viel ahnung aber das ist mir aufgefallen die ticketpreise sind nicht so teuer da kann man wirklich mal zuschlagen auch noch eine information der mitglieder vorverkauf für das auswärtsspiel gegen wen wiesbarn der beginnt übermorgen am freitag ganz klassisch um zehn uhr und ihr könnt euch vorstellen natürlich werde ich hier um zehn uhr sitzen und versuche ein ticket für das auswärtsspiel gegen wen wiesbarn zu bekommen nun gut soviel erstmal zu der ticketsituation ich würde sagen jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden news nämlich zu den transfer news wie gesagt hertha bsc zeigt interesse an einem spieler und es gibt logischerweise einige abgangskandidaten wir können uns das ganze einfach mal etwas genauer anschauen die bild berichtet dass wenn maurida oder mark überkämpft hertha bsc verlassen dass hertha bsc ein spieler von genua im visier hat nämlich handelt es sich dabei um den ehemaligen polnischen u21 nationalspieler philipp jagiello philipp jagiello ist 26 jahre alt und spielt aktuell bei genua cfc er ist mittelfeldspieler kann aber auch auf der 10 spielen oder auf der 6 spielen momentan spielt eine ersten italienischen liga wie gesagt bei genua und sitzt da eigentlich nur auf der bank von 18 möglichen serie a spielen hat er nur zwei beschritten und das waren auch nur zwei kurze einsätze er war auch ein bisschen verletzt währenddessen aber momentan ist er komplett außen vor bei genua und möglicherweise könnte man hier eine leihe arrangieren denn er steht auf unserer leihliste mehr oder weniger trotzdem gilt auch für diesen transfer wenn maurida und mark überkämpft gehen wird dieser transfer erst realistisch denn weber sagt wie immer das habe ich auch schon glaubt vorgestern im video gesagt wenn keiner geht wird es schwer das heißt wenn maurida kämpft oder möglicherweise auch andere spieler wie august noch hell oder kirchner insona oder sonst wer geht oder eni lokoki das dann ein transfer realistisch wird wir haben begrenztes budget wir können uns beim gehalt ohnehin nicht mehr so viel leisten da wir immer noch einige top verdienen am kader haben und erst wenn möglicherweise einer dieser top verdiener geht ist ein transfer von jagiello realistisch ich habe natürlich wieder mal scouting betrieben ich habe mich schon wieder mal umgeschaut habe mir einige youtube videos zusammengeschaut und habe mal ein bisschen was zusammengestellt und ich habe mir jetzt so einen kleinen scouting report auch rausgesucht und ich werde euch mal auch so ein bisschen jagiello jetzt vorstellen letzte saison war er noch in der zweiten italienischen liga für genua unterwegs er hat in 34 partien auf dem platz gestanden hat in der zweiten italienischen liga dementsprechend auch vier tore erzielt zwei vorlagen erzielt und war auch ein wichtiger spieler wie er den mit den aufstieg mit genua gestaltet hat in dieser saison hakt es wie gesagt noch ein bisschen und jagiello ist trotzdem ein wirklich interessanter spieler ein spieler der offensiv und defensiv überzeugen kann er ist 1 meter 80 groß und strahlt vor allen dingen als mittelfeldspieler echt viel tor gefahr aus er ist ein spieler der öfters mal den abschluss aus der zweiten reihe sucht der öfters diese tor gefahr eben auch erzeugen kann durch tempoläufe durch echt gute pässe und hat eben durch viele abschlüsse aus der zweiten reihe er ist ein spieler der nicht als sechser als alleiniger sechser oder so agieren kann das heißt defensiv kann er zwar definitiv agieren aber er braucht ein spieler neben sich wie zum beispiel pascal clemens der vier acker denn er ist nicht der ackerer sondern er ist wirklich ein spieler der offensiv laufwege geht tor gefahr erzeugt und dementsprechend auch tore erzielen kann das was uns ja momentan bei unserem mittelfeld so ein bisschen fehlt wir haben ja ushalakis das ist er so ein sicherer passgeber ein spieler der das spiel stabilisieren soll und dann haben wir pascal clemens als absoluten sechser und dann haben wir bilal hussein der eigentlich diese rolle des offensiven achters mit einnehmen sollte aber momentan ein bisschen außen vor ist da sich einfach körperlich nicht an die zweite liege so richtig gewöhnt hat beziehungsweise da 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 einfach noch körperliche defizite vorhanden sind jagiello ist ein spieler der wie ich finde auch das was ich jetzt aus dem youtube scouting als ich mir jetzt ein paar jetzt angeschaut habe so ein bisschen raus gesehen habe ist ein spieler der auch sage ich mal im anlauf verhalten engagiert arbeitet der wenn er bälle verliert diese bälle auch richtig gut zurückerobert er ist ein spieler wo ich auch sagen muss dass er echten feinen fuß hat die technik ist auf jeden fall vorhanden natürlich nicht so überragend wie bei einigen anderen spieler aber zumindest sieht das echt passabel aus was er macht aber wie gesagt ich habe nur die highlights gesehen und die highlights können manchmal echt ein bisschen täuschen trotzdem mir gefällt das was ich gesehen habe in der zweiten italienischen liga auch in einer körperlichen liga hat er sich bewiesen er ist zwar nur 1 meter 80 groß trotzdem glaube ich dass er uns durchaus wirklich gut zu gesicht stehen kann er ist natürlich kein santiago as cassiba aber trotzdem ist er etwas giftig unterwegs und ich finde er würde uns richtig gut zu gesicht stehen diese mischung aus ich sage es mal in einer gewissen form aggressiven anlauf verhalten einer gewissen tor gefahr aus der mitte ich glaube die bräuchten wir wirklich noch bei uns im team denn das ganze macht uns einfach variabler wir können uns zum beispiel je nach spielstil des gegners besser aufstellen vielleicht können wir variieren ob wir mit buscher oder mit clemens oder eben mit jagiello spielen wir werden damit vielleicht auch im mittelfeld etwas unberechenbarer und ich würde den transfer von jagiello wirklich begrüßen und finde dass wir im mittelfeld noch eine lücke offen haben die jagiello vielleicht jetzt erst mal nur auf leihbasis gut schließen würde wie gesagt ich fände den transfer sinnvoll und logisch aber wir müssen eben erst ein spieler abgeben ich habe ja gesagt er spielt momentan bei genua cfc und genua ist wie hertha ja ein verein der von triple seven partners wo halt triple seven partners unter anderem auch als investor vorhanden ist und möglicherweise erleichtert das eben die kontakte wenn er mir überhaupt gesagt in der regel tauscht man sich aus mit den anderen sportdirektoren der anderen vereine möglicherweise wird das einiges erleichtern genua profitiert wir profitieren und der spieler würde auch profitieren daher eben endlich spielpraxis bekommt die er momentan in der ersten italienischen liga bei genua nicht bekommt er ist pole und polen ist eben ja sage ich mal näher in deutschland als in italien möglicherweise wäre das auch mal ein grund und ich finde dieser transfer wäre für alle seiten eine sinnvolle und schlaue maßnahme laut der bild beschäftigen wir uns bereits seit wochen mit jagiello und von daher bin ich gespannt ob daraus etwas wird aber wie gesagt das ganze hängt von den abgängern ich würde es begrüßen mal wieder abgang dafür jagiello das fände ich wäre eine wirkliche verstärkung für unseren kader dann würde ich wie gesagt noch nach einem rechten offensiven mittelfeld spieler ausschau halten aber mach mal gucken mal gucken ich habe sowieso nicht so viele wünsche für den winter ich möchte einfach nur im pokal weiter kommen aber ich würde dieser stelle sagen das war es jetzt hier mit diesem video mit meinem kleinen youtube scouting report wie gesagt ich schaue mir immer so ein bisschen die highlights an und versucht aus wirklich zu erkennen was das für ein spieler ist wie sein spielstil ist aber highlights können auch täuschen es kann sein dass er hier aufkreuzt und auf einmal einen komplett anderen spielstil hat trotzdem hoffe ich dass euch dieses video gefallen hat wenn ja lasst ganz gerne like da vergesst doch nicht diesen kanal zu erwähnen wird hier in zukunft nichts mehr rund um hertha bsc verpasst wir sehen uns auf jeden fall morgens für einem neuen video wieder bis dahin schönen tages noch und tschüss wir können haben wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017